Kannst du die wunderbaren BetterTTV-Emotes oder auch FrankerFaceZ-Emotes nicht im Chat sehen? Wie zum Beispiel dieses wunderschöne Teil hier. Bam! Dann musst du einfach nur BetterTTV und FrankerFaceZ auf deinem Browser aktivieren bzw. installieren. Das geht ganz einfach. Und zwar, gehst du zuerst auf BetterTTV.com, drückst dann hier auf Download4Chrome zum Beispiel oder eben auf den Browser deiner Wahl. Zack! Und dann steht hier hinzufügen. Da drückst du drauf. Ja, hinzufügen. Und schon hast du's. Bei FrankerFaceZ das Gleiche. Du gehst auf FrankerFaceZ.com, drückst hier unten auf Download4Chrome. Oder halt dein Browser. Unten konnte man das auch wieder auswählen, ne? Auf hinzufügen. Ja. So, dolle. Jetzt refreshe ich einmal diese Seite hier. Ich scrolle nach unten, weil ich die alle nicht auswendig weiß. Und jetzt nehme ich zum Beispiel hier mal der Dummplis. Copy Emote. Hier rein. Bam! Und jetzt gehen wir noch zum Test hier auf die FrankerFaceZ-Emotes. Das sind übrigens alle Emotes, die bei uns hier auf dem Channel aktiviert sind. Ich nehme einfach mal, äh... Hi, bu, salut! Los geht's! Bam! Und schon kannst du diese ganzen tollen Emotes da drüben benutzen und eben sehen. Ja, das ist ja schon mal ganz wichtig. Wenn andere das schreiben, man sich denkt, hä, was ist denn los jetzt hier? Ich sehe nur Codes. Viel Spaß damit! Hier stehen übrigens meine Streamzeiten. Kommt einfach an. Dankeschön.